Ich spiele die Hauptrolle in diesem Film und ich möchte gerne, dass ihn viele Leute sehen. Ist man enttäuscht, wenn man nicht nominiert ist dann unter der Fissi und schon seit Mal schon leider nicht nominiert? Das kommt drauf an. Wenn man dann so viel Aufmerksamkeit bekommt, dank der Berlinale, wie wir heute hier, kommen vielleicht sogar noch mehr Leute, um ihn anzuschauen. Insofern hätte es sich dann sogar gelohnt, nicht nominiert zu sein. Aber Sie haben sich nicht so mutig wie Henning ausgezogen. Ich hatte auch nie vor, mich auszuziehen. Ich ziehe mich prinzipiell nicht aus auf so roten Teppichen. Das ist nicht so in meiner Natur. Und der Klaus wollte auch nicht? Es stand überhaupt nie zur Debatte. Also es stand für mich nie zur Debatte und ich glaube für die Jungs auch nicht. Bist du ihn enttäuscht jetzt? Herr Kostik hatte ja groß angekündigt, er würde Ihnen wärmenden Tee bringen. Ja, ich habe vorher schon gesagt, ich hätte gerne noch Zucker dazu. Wir warten noch ein bisschen, wenn euch kommt. Ja, wir würden uns sehr freuen. Ja, richtig.